Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, nicht sehr erfreulichen, wahrscheinlich für jeden Beteiligten Infovideo. Und zwar, ja, ich, wie vielleicht der ein oder andere weiß oder wissen sollte, bin ich ja in der Ausbildung und ja, da gibt es sowas leider auch noch wie Schule, ja, als hätten wir nicht schon genug gelernt. Und ja, mittlerweile, es ist jetzt schon, ich habe Blogunterricht immer, das ist schon mein zweiter Blog zwar, aber am Anfang bin ich immer jeden Tag mit dem Zug hin und her gefahren, nur schon langsam reicht es mir. Also jeden Tag diese voll tolle Stunde fahren, mindestens dann wahrscheinlich beim Heimfahren immer Deutsche Bahn, Leistung, Verspätung als Leidenschaft, ja, leckt mich doch mal alle. Deswegen werde ich, habe ich jetzt gesagt, ich gehe da, da kann man so ins Heim gehen quasi, dann muss man, was weiß ich, eine Stunde später aufstehen im Prinzip, fährt da eine halbe Stunde hin, wird jeden Tag betrunken sein am Abend, weil es da irgendwie das Bier für, was weiß ich, wie viel gibt, was die anderen so erzählt haben. Und auf aller Welle hat sich das ganz gut angehört. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich jetzt da auch hingehe. Im Moment, also jetzt ist quasi noch die letzte Woche von diesem Blog, immer drei Wochen haben wir, also im Prinzip, ab jetzt werde ich immer ins Heim gehen. Das heißt, immer wenn sowas ist, werde ich ein Infovideo machen und euch sagen, das werde ich dann auch als Standard über Video auf meinem Kanal dann haben, damit das jeder weiß. Das heißt, ab morgen, ab dem 23.01. kann ich keine Videos hochladen, weil ich wie gesagt nicht da bin, die ganze Woche bis Freitag. Am Freitag werde ich dann höchstwahrscheinlich wieder was hochladen können und ja, ich denke, da werde ich dann einfach mit dem ganz normalen Minecraft Let's Play wieder weitermachen. Da wird einfach nur eine Minecraft Let's Play Folge kommen, weil sonst komme ich mit den Uploads, weil bis ich dann wieder nach Hause kommen bin und so. Also ja, das dauert immer so ein bisschen und ja, also ich weiß, es ist nicht gerade toll zu erhören, aber jetzt gibt es halt mal im Prinzip vier Tage kein Video. Ja, tut mir leid, aber kann man leider nichts ändern. Ich hoffe trotzdem, dass ihr noch da bleibt. Ich habe ja schon genug Videos hochgeladen, da könnt ihr ein bisschen durchschauen. Und die Let's Shows in Tokita sind sehr zu empfehlen, das steht auf unserer Hauskarte ganz oben. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr recht viel zu sagen. Das Bild, das ihr gerade im Hintergrund seht, das habe ich mir jetzt extra mal so ausgesucht, damit es ein bisschen interessanter wird. Das Bild habe ich aus meiner Let's Show Bild aufgenommen. Ja, da könnt ihr euch auch schon mal wieder drauf freuen. Da wird es demnächst irgendwann auch mal wieder in Let's Show kommen. Ich bin total fleißig schon wieder dabei hier und habe schon wieder so viel gebaut, Junge, hey. Und ja, ich freue mich, wenn ich wieder ein Video holen kann und eure Kommentare wieder lesen kann. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt einfach mal. Macht's gut, euer Hodenkrebscreme. Tschaußen.